Hallo und herzlich willkommen hier zweitens Woche hier mit der Karte Nordfridsch marsch schwierig schwierig ja ich fahr jetzt mit dem Traktor Richtung Papierfabrik beziehungsweise werde ich umstellen und zwar beladen da ist eine weite wege fahren entladen wasserbrauerei also beladen und entladen auch Papierfabrik Abbahn Pellets, Abbahn Sand, Abbahn Wasserbrücke brauchen wir nicht mehr Drolllager nicht Entladen Wasserpapierfabrik wenn hier ist voll da brauchen wir nicht warten ne voll ist voll das ist gut die malz wenn wir herfahren also mal kurz rüber gucken und malz auch noch wasser braucht hätte man zuerst machen können aber machen wir hier wasser malz malz ist gut wasser wasser ist voll da malte und mit drei paletten habe ich noch genug da das passt hopfen naja das habe ich gekauft ne da muss ich sehen dass ich diesmal hier das schön erden kann ne das ist perfekt so haben wir hier schönes so weit sind das alle normales haben wir entsprechend 414 ja jetzt leider haben wir keine mehr auf er ernten paletten sieht auch gut aus dann muss ich warten warten ist gut dann muss ich sehen und übrigens entsprechend da noch ja könnte auch noch felder kaufen wenn man das geld hätten so dann mal noch holz fahren das ist ja eigentlich noch bisschen dichter noch was ein bisschen zurückfahren dann rutscht das jetzt raus fehler haben wir doch nicht also mal hier diese dinger sind gut stehen gerade so so sollen wir nach vorne gehen junge hinten ist nicht so gut so bisschen weiter fahren aber wollen ausschalten ne ich bin ja gespannt ob er sich auch anhört und segel wirkt ja das ist voll gut wir haben ein wir haben ein ja segel ne ein ein segeltuch oder ein ein mast jetzt aber vorher ausschalten vorne ein bisschen holz aber das ist nicht zu viel wie das geht und da drüben in der 1,2 und dann ist man mit dem holz mal sehen ich bin hier nur speicheln drin der ist nur ein blödes enkel der ist nur ein blödes enkel jetzt wird lenker hauptsache sind keine bäume im weg c erinnern sich ja gut die bgh wird ein bisschen geld bringen wow der pols verloren dann nächstes mal holen hauptsache der andere steht nicht im weg hauptsache der andere steht nicht im weg hauptsache mit dem wasser beim hinfahren jedenfalls vielleicht werde woanders lang also äußerst schlecht der hopfen muss ich noch ernten in diesem jahr dauert auch ein bisschen und alles andere ist jetzt nun fertig nicht wir wollen den raps auch sehen da fällt 3, 2, 15 so jetzt hier mal 1 da die kleinen felder am hoch mit raps machen ja vielleicht verdient wir noch ein bisschen was kann man auf diesem grund land kaufen ne aber weiß ist keiner hier äh angepflanzt worden weil ich gesehen habe da hat die KI nicht gemacht also wenn ich silage haben will muss ich hier entsprechend äh äh muss ich hier he der geht auch weg äh mit Gras machen ne meine Wiesen und der gedüngt die größeren Wiesen und die kleinen Wiesen da lasse ich gerade trocken fürs Heu also wir haben früh um halb 8 da so mit trocken wir hatten gestern 40 Grad gehabt hier ist schon extrem selten ent worden also ich hätte es eben heute wenn es aufbekommen äh also schon am frühen morgen mit 20 Grad ist schon wir müssen arbeiten zu warm ne ok ok die Fahrzeuge haben alle Klimaanlage denk ich mal ne so da vorne lange noch zwei Stücken Holz die wollte ich mal wegnehmen falls doch mal die LKWs lang fahren wollen dürfen und wollen und hier liegt auch noch was rum rechts oder so dann muss ich die Seite wechseln der andere war fertig gewesen mit Flügen ne oder der Helfer Wasser fährt Blocking der fährt nicht muss ich mal gucken das zupfert nicht der irgendwo wo nicht rumkommt so muss ich mal gucken der ist ja von hier gefahren ne von da Saatgut Mischfutter also Hof Zellstoff hier müsste ja nochmal so ankommen ist ja nicht wir schalten mal durch weil das war die Wiese das kann sein das kann sein ja blöd ne also so weil weil muss ich mal gucken hier im Kurs das hat er hier mit äh mit einem kleinen eingefahren gehabt und das ist ja nun hinfälliger so einen großen ne so und ich muss hier BLAN auch Wasser also nicht abladen sondern BLAN 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 KALT abladen 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 ist klar BLAN Gärreste BLAN 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 KALT BLAN Wasserbauerei BLAN WASSERBAR HIBRIG der wäre ja nie beides war ja auch entladen gewesen ne da wird ja nichts da klappt ja noch nicht lass mal eine Runde fahren ich sehe gerade will hier blaue Linie blaue Linie ist jetzt äh nicht von mir aber das sollte nicht weiter stören Zocker ist auch glaube ich irgendwas wo der Pferd wo lange der Pferd ist ist gut denn da müssen wir getankt werden ne Leute hier könnte sein dass er vielleicht etwas äh obwohl er vorher auch schon so äh gut das klappt das sollte auch funktionieren äh so hier war fertig bin ich jetzt auch nicht ganz schlüssig ob ich hier noch Felder habe die ich umgruppen möchte eigentlich nicht das soll Gras bleiben das ist auch 13 13 habe ich schon gemacht gut dann fahren wir mal zurück so c ja da wackelt man böse ich weiß nicht warum wir fahren mal zur Straße dann geht es Richtung Hof wüsste ich eigentlich jemand äh könnte man zunehmen ne 2 2 2 4 2 4 mit etwas Stückchen jedenfalls egal nicht so ganz tragisch da müssten wir flügen und äh wüssten wir mal später machen wenn wir ne Zeit haben also Zeit ist gut das hat so ja auch noch ein Zeug weil der kaufen ist halt dann schwierig also könnte man auch alles zusammenlegen theoretisch da fällt es teuer ne dann müssten wir erst noch verkaufen also Bier und dem Zeug ne oder und Sahne wird eher zum Herbst was dabei kaufen können dann wollt ihr auch die großen Felder kaufen äh 66 und ich glaub 65 die kostet auch Millionen ne aber ich hab extra die Brücke bauen lassen deswegen damit man da auch zuflagen kann gibt es da Emissionen oder so ernten gruppern sehen düngen könnte man Geld verdienen 64 65 das war ja verdorrt rüben da rüben wollen wir nicht machen ne oder sind noch nicht reif aber rüben konnten wir machen theoretisch äh fürs rübenacker ne aber der fährt der Düngerstreuer lässt es da damit wir später gleich äh immer düngen können ja gleich mal reparieren und das war schon ne ja das war schon ne ja muss ich mal ganz ehrlich sagen ich bin jetzt hier über die Leistung vom Prozessor das hat nur ein Kern und 100% läuft für das Spiel das ist schon Wahnsinn wenn es der Kern ist aber das geht dann auch vorüber drei ne ja drei dann wäre das im morgen auch zwei vier machen oder noch kurze Pause das ist auch möglich Anne kommt also die Kurse wegnehmen da müsste ich sowieso mal irgendwann mal naja was umgestalten also dass im Prinzip weniger ja direkt ansteuert dafür mehr also diese ganzen Ansteuerungsproduktionen das separat läuft ne so tack mal gleich voll ja sag mal wir haben eine Folge geschafft zu geschaut das soll es auch schon heute gewesen sein mal ein bisschen kürzer weil wir tacken das geht sich grad an dann können wir gleich im nächsten Folge starten bei der Reparatur oder beim waschen ne ja da seid noch tschüss so kau und den gestanken was ich reinschauen ja morgen geht's viel weiter ein bisschen holz noch haben wir noch und Tiere wegkaufen also eine ladung holz noch wegbringen und dann Tiere wegkaufen